Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und heute spielen wir wieder eine richtig, richtig coole Runde Hide & Seek. Das wird richtig, richtig cool. Oh, das stimmt. Guck mal, Kata. Die Person, die zuerst suchen muss, bekommt das Holzschwert. Und die stellt sich dann hier hin. Und in der Zeit kannst du dich dann verstecken. Und dann muss ich dich hier unten suchen. Und schau mal, Kata, das sind alles Regenbogenblöcke. Oh, ich sehe schon, ist ja alles kunterbunt. Das sieht ja richtig lustig aus. Oh, das stimmt. Das ist so nice tatsächlich. Und warte mal, Kata, wer soll sich denn zuerst verstecken? Du sollst dich als erstes verstecken. Oh, sehr cool. Okay, warte mal, da bekommst du das Schwertchen. Und ich werde ein kleiner Regenbogenwurm. Hallo, Kata, guck mal, ich bin ein kleiner Regenbogenwurm. Oh, ich sehe richtig süß aus. Oh, du siehst mega süß aus. Und ich glaube, es wird echt schwer, dich so zu finden. Oh je, oh je. Naja, dann finde ich dir viel Glück beim Verstecken. Und ich stelle mich mal hier hin, ja? Ja, und Kata? Ja, bitte? Du darfst nicht spicken. Hey. Okay, Moment mal, da gehe ich mich jetzt verstecken. Und plapp, ab nach unten. Okay, warte mal, ich brauche wirklich ein richtig, richtig gutes Versteck. Und das sieht wirklich alles so cool mit den Regenbogenblöcken aus. Das ist richtig, richtig nice. Vielleicht kann ich hier hinten irgendwo hin. Oh, ich habe eine richtig gute Idee, wo ich mich verstecke. Und zack, ich bin versteckt, Kata. Okay, Moment mal, dann drehe ich mich mal um und komme mal direkt nach unten. Ich habe ja schon das Schwertchen in der Hand. Und wo bist du bloß, du kleines Würmchen? Oh, das wird so schwer, dich hier zu finden. Vor allem, das sieht aus wie ein Labyrinth. Aber ich glaube, du bist irgendwo hier hinten. Kann das sein? Nein, ich bin richtig gut versteckt, Kata. Du siehst mich ganz und gar nicht. Hallo, kleines Würmchen, wo bist du? Hallo. Jetzt bist du nicht hier oben direkt. Okay, Moment, hier bist du auch nicht. Hä, wo bist du denn? Du bist auch nicht hier. Vielleicht doch hier oben. Ich sehe dich nicht. Okay, okay. Bin ich schon an dir vorbeigelaufen? Ja. Nein, nein. Oh, Hilfe. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Warum warst du da in der Ecke? Ich war richtig gut versteckt da in der Ecke. Aber dein Versteck war mega gut. Oh, danke schön. Das ist so cool. Okay, warte mal, Kata. Jetzt gehst du dich verstecken. Und du bist zum kleinen Regenbogenwürmchen. Ja. Du schön. Danke, Schwärzchen. Oh, danke. Okay, Kata. Jetzt bist du wieder das kleine Regenbogenwürmchen. Und du kannst dich verstecken gehen. Oh, so cool. Tschüss. Tschüss, Kata. Ich bin versteckt. Oh, sehr cool. Und warte mal. Bist du hier oben? Nein, hier bist du leider nicht. Okay, Moment mal. Sehe ich dich von hier irgendwo? Nein, hier ist kein kleines Regenbogenwürmchen. Okay, dann komme ich nach unten. Und zack. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Nein, hier bist du schon mal nicht. So, zack, zack, zack. Hier bist du auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sieht alles richtig lustig aus mit den Regenbogenblöcken. Das ist richtig cool. Oh, ich bin so gespannt, ob du mich direkt finden wirst dann. Moment mal. Bist du hier? Hallo? Oh, bist du vielleicht im Wasser? Das kann sein. Nein, hast du dich hier irgendwo versteckt, du kleine Katja? Nein, hier bist du schon mal nicht. Okay, warte mal. Bist du hier? Hier bist du auch nicht. Moment mal. Wo bist du denn bloß? Bist du hier irgendwo? Nein, hier bist du auch nicht. Okay, Moment mal. Hier hast du dich auch nicht versteckt. Katja, wo bist du denn bloß? Okay, du musst auf der anderen Seite hier sein. Okay, warte mal. Und zack, hier rüber. Vielleicht hast du dich hier vorne irgendwo versteckt. Und nein, hier bist du ja auch nicht. Katja, was hast du denn für ein gutes Versteck? Oh, warte. Hallo? Bist du hier? Moment mal. Ich sehe hier deinen Schatten. Katja, wo versteckt? Nein, nein, nein. Nicht wegrennen, nicht wegrennen. Nein, nein, nein. Du kleines Gürmchen. Hey. Oh, Moment mal. Ich sehe dich da. Komm her. Hey, Moment mal. Katja, nicht wegrennen. Das ist eine unfaire Sache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleib bei mir. Oh, hey. Und ich renne weg. Und ich renne weiter. Ich kriege dich, Katja. Und... Katja? Ja? Warte, warst du hier? Hallo? Wo bist du denn jetzt hin abgeblieben, Katja? Das ist eine unfaire Sache. Bist du hier? Katja, was soll denn das? Warte mal, hier bist du auch nicht. Ich hab dich doch... Oh, da bist du. Katja, Katja. Alter. Nein, 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 nein. Nein. Ja, ich hab dich. Oh, so cool. Du hattest ein wirklich richtig gutes Versteck. Dankeschön. Oh, so cool. Okay, jetzt bist du wieder dran mit suchen. Guck mal, Katja. Bitteschön, dein Schwert. Und ich werd zum kleinen Regenbogenwürmchen. Hallo, Katja. Hallo, oh, hallo, Würmchen. Du bist so süß. Oh, dankeschön. Okay, Moment mal. Du kannst dich wieder da hinstellen. Und ich geh mich jetzt richtig, richtig gut verstecken. Okay, da bin ich auch mal gespannt. Hallo, hallo. Hey. Okay, ich geh mich jetzt verstecken. Und zack, ab nach unten. Und Moment mal. Ich glaub, ich hab ein richtig gutes Versteck tatsächlich. Was denn? Das verrate ich dir nicht, Katja. Das ist geheim. Warte mal, ich geh hier lang. Dann geh ich hier hin. Oh, Moment mal. Kommt man hier hin? Ist so vielleicht... Moment mal. Oh, das ist auch nicht schlecht. Und so. Dann so. Und dann geh ich hier hin. Oh, das ist richtig, richtig nice. Und zack. Okay, Katja. Ich bin versteckt. Okay, dann gehen wir mal runter. So. Oh, das wird jetzt wieder richtig schwer, dich zu finden. Ach, Gottchen. Und zack. Oh, ist so cool. Ich bin wirklich so gespannt, ob du mich jemals finden wirst, Katja. Jemals? Ist das so schwer? Ja, mein Versteck wird richtig, richtig gut sein. Warte mal. So vielleicht. Okay, warte mal. Wo bist du denn? Hä? Warte, vielleicht hier? Nein. Vielleicht hier oben? Nein. Vielleicht doch da oben. Ich seh hier gar nichts. Ich seh nur noch Regenbogenfarben. Warte mal. Ich geh jetzt hier hoch. Und dann steh ich dich hier auch nicht. Bist du im Wasser? Aber dann würdest du irgendwann Damage bekommen, glaube ich. Hm. Okay. Äh. Das ist so schwer. Warte mal. Hä? Okay, warte. Ich guck doch nochmal im Wasser nach. Vielleicht schwimmst du die ganze Zeit hoch dann. Nein. Aber wer weiß. Ich seh dich, Katja. Und wo? Das verrate ich dir nicht. Wo bist du? Das ist geheim. Ich find dich doch niemals so. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, Katja, nein. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, Katja. Ach, du Jemini. Das macht wirklich so viel Spaß. Und jetzt bitte ich wieder dran mitsuchen. Ja. Guck mal, du bekommst erstmal dein Schwertchen. Dann werde ich jetzt zum kleinen Würmchen. Guck mal. Oh, hallo. Und dann kann ich mich verstecken. Oh, sehr gut. Okay, okay. Dann stell ich mich hier wieder hin. Und du kannst dich verstecken. Hi. Auwa. Hey, was soll denn das? Du bist richtig frech, du kleines Würmchen. Hallo, hallo, hallo. Auwa. Okay, ich versteck mich jetzt. Bye, bye. Nicht gucken. Nein, nein. Ich bin versteckt. Du, sehr gut. Okay, warte mal. Wo bist du denn? Moment mal. Bist du hier oben? Okay, da bist du schon mal nicht. Sehe ich dich von hier? Hallo, du kleines Würmchen. Nein, ich sehe dich von hier noch nicht. Okay, und zack, ab nach unten. Okay, Katja. Wo hast du dich denn jetzt schon wieder versteckt? Hier bist du schon mal nicht. Okay, warte mal. So, zack, zack, zack. Ich suche jetzt hier alles richtig, richtig gut ab. Und Moment mal. Nein, hier bist du auch nicht. Das ist wirklich so schwierig mit den ganzen Regenbogenblöcken, tatsächlich. Oh, da hast du recht. Das ist voll verwirrend. Oh, ja. Okay, Moment mal. Bist du im Wasser? Hm, nein. Hier bist du, glaube ich, nicht. Okay, im Wasser bist du schon mal nicht, du kleines Würmchen. Bist du hier? Nein, hier bist du auch nicht. Moment mal. Vielleicht bist du hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Katja, hast du mich gesehen? Vielleicht. Hey, Moment mal. Es blubbert da im Wasser. Ich sehe dich. Hey, was war das denn? Ach, Mann. Nein, nicht schon wieder wegrennen. Katja, nicht wegrennen. Nein, 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 nein. Und ich kriege dich. Und. Oh, nein, Katja, nicht schon wieder wegrennen. Was ist denn hier los? Na, bitte stehen bleiben, du kleines Würmchen. Und ich habe dich. Und. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Und. Zack, 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 zack. Katja, du rennst ja immer noch weg. Was ist denn hier los? Warte mal. Oh, hallo. Und. Zack, 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 zack. Ich habe dich. Oh, so nice. Das war ein richtig gutes Versteck unter Wasser. Dankeschön. Oh, guck mal, Katja. Jetzt bist du wieder dran mit Suchen. Du bekommst das Schwertchen. Und ich werde ein kleines Regenbogenwürmchen. Okay, okay. Hallo. Hi. Oh, du bist so süß. Und ein kleines Würmchen. Oh, ich bin so gespannt, wo du dich jetzt verstecken wirst. Es wird jetzt langsam echt schwer. Oh, ja. Ich werde mir ein richtig, richtig gutes Versteck raussuchen. Okay, Katja, bitte umdrehen. Und gute Nacht. Gute Nacht. Hey, Moment mal. Du schläfst hier einfach. Was ist da los? Ja, klar. Ach, Mann. Okay, ich gehe mich jetzt verstecken. Tschüss. Okay, Moment mal. Ich brauche jetzt wirklich ein richtig, richtig gutes Versteck. Aber ich bin mir echt nicht ganz sicher. Moment mal. Ich könnte mich vielleicht hier verstecken. Oder vielleicht hier irgendwo. Vielleicht hier hin und hier hin. Oh, ich bin mir echt nicht ganz sicher. Okay, warte mal. Oder ganz hier hinten hin. Oh, ich habe eine richtig gute Idee, glaube ich. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, und zack. Okay, Katja, ich bin versteckt. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo du bist. Ich gehe mal aufstehen wieder. Gehe mal nicht mehr schlafen. Und jetzt suche ich dich. Hm, das wird richtig cool. Okay, warte mal. Wo könntest du dich verstecken? Vielleicht irgendwo nicht so schweres, wo man vielleicht sogar relativ leicht draufkommt. Hm, vielleicht hier am Anfang. Aber nein, das bist du nicht. Okay, dann hier lang bist du auch nicht. Okay, warte mal. Sag mal Piep, ja? Piep. Nochmal. Piep. Piep, piep. Katja, mein Versteck ist richtig, richtig gut. Und das wirst du niemals finden. Warum das denn jetzt schon wieder? Ja, weil ich so piep-dupi versteckt bin. Moment mal, was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Katja, nein. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Nein, Katja. Ach, Mann, ich war doch so gut versteckt. Nein, anscheinend nicht. Ach, Mann, das macht aber wirklich so, so viel Spaß. Oh, das stimmt. Das ist richtig lustig. Oh, ja. Das Regenbogen-Heidenzyk hat wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das ist wirklich so, so, so cool. Oh, da hast du recht. Das war richtig nice. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt den Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020